Durch das Fenster neben mir sieht man wie Schneeflocken leise herniederrieseln und das ist noch die perfekte Stimmung, um zu sagen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Animal Crossing, let's go to visit. Ja, ein stimmungsvoller Anfang hier, äh, ja, nee doch nicht. Ja, der alte Wietzbeut ist zurück. Und, äh, ja, während dem Wochenende, ich war, nach der letzten Randalls-Manday-Aufnahme, nach der letzten Aufnahme, die ich getätigt habe, war ich einfach flachgelegt, da ging gar nichts mehr, ne? Also, ich hab, also, damit aufnehmen, ich mein, das will ja auch keiner, ich mein, das will ich nicht und das will auch keiner hören und, äh, ja, obwohl ich noch nicht ganz wie auf dem Damm bin, aber trotzdem, es muss ja weitergehen, ne? Ich kann ja nicht von 180 Projekten keine Folgen bringen, wenn auch krankheitsbedingt, aber trotzdem, das ist ja, das ist ja keine Ausrede hier, Mann, nur ein Weichei. Wie das mich an. Achso, ja, 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 das wissen wir schon, das wissen wir schon, ja, ja. Ja, stimmt, das war diese, diese, ah, ich hab so keinen Bock, ich hab so keinen Bock auf diese Mission, ne? Hm, fuck. Ob ich keinen Bock hab, ist ja fast nicht mehr feierlich schon. Okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen wegbleiben und dann nicht so gefickt werden, oh, fuck. Oh, shit. Stimmt, beim letzten Mal bin ich voll, wo ich voll rasiert, ich erinnere mich. Okay, 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 okay. Jetzt werden wir ein bisschen reinkommen, aber ich glaube, ich könnte mir total verlieren. Wenn's gut läuft, verliere ich. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade fliehen und, naja, ja, von wegen. Ich würde jetzt in Ruhe Energie auf, aber das darf ich ja nicht. Ja, verstehe ich, verstehe ich, klar. Hallo, ich... Ich glaube, die lassen mich einfach nicht. Okay. Okay, ich glaube, die lassen mich nicht. Dann werde ich mich wohl in den Kampf stellen müssen erstmal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich... Ich sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr auf meine Verteidigung achten. Oder auf... Alles generell. Ach komm, das ist doch lächerlich jetzt. Michael, es kommen noch mehr Ruhe drauf ins Zug. Oh, ich bin im Arsch, cool. GG, live, läuft, 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 läuft. Ja, wenn wir jemanden freundlicherweise erzählen würden, wie zum Fick ich das machen soll, bitte. Ja, dann können wir auch über alles reden. Ja, ich weiß, wer ist vielleicht schlau mit Laser oder was? Ich hab keine Ahnung, ernsthaft. Ich weiß es nicht. Die schnappen wir uns, Kumpel. Ich könnte... Vorsicht mit der Farbe. Oh nein, nicht noch mehr Roboter. Ich bin nicht sicher, ob das besser oder schlechter ist, als das andere ist. Also ich... Könnte, aber muss nicht. Na, hm. Unwahrscheinlich. Äh. Na, meine, hat schon. Da läuft doch was noch nicht ganz ruhen, Freunde. Wo kommen all diese Roboter her? Gute Frage. Wahrscheinlich durch dieses Tor, Mann. Guck doch mal hin. Du hast überhaupt gekasst, dieses Anruf. Okay. Okay. Habe ich nicht diesen super Schutzschild-Modus? Ich weiß nicht, wo der ist. Der wäre vielleicht gar nicht so blöd gerade. Warum geben die nicht auf? Michael, dieses Gespräch hat mir schon so oft geführt. Das ist doch jetzt lächerlich. Dieses Game. Dickens Mate. Nein, nein, nicht ja. Ja, nein. Nein. Ich könnte auch, aber... Wir müssen noch vorsichtiger sein, meinten. Ich glaube, irgendwie nicht. Nee. Nein, nein, leider gar nicht so. Lassen wir gar nicht. Nein, 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 okay. Also, es ist ganz echt... In kleinen Mengen, okay. Aber hier, das ist einfach zu viel gerade. Es ist... Witzball. Weißt du, was ich hier versuche gerade? Ach, komm schon. Mission fehlgeschlagen. Ich habe Spaß. Ich sollte vielleicht auch leicht runterschalten, weil das ist ja lächerlich. Shield, genau, Shield. Ihr Witzball. Der sagt, wenn ihr mir sagt, wie shield funktioniert. Dann können wir über alles reden. Missionsziele. Ich habe doch... Warte mal. Wo sind die Spielehülle? Schau euch nach. Wo ist denn das Spiel? Ich bin... Bin ich blöd? Okay, ich habe es. Warte, warte, warte. Ich habe bei Crush Bandicoot schon unglaublich scheiße funktioniert. L1. Ja, genau. Na klar. Na klar. Sicher. Warum auch nicht? Ich bin schnell 1. Klar. Aber ohne... Vor allem, ohne dass einer jemandem sagt. Das ist ja total behindert. Okay. Also die können mich nicht, aber ich muss selber. Und das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich glaube, das könnte ich tatsächlich nutzen, um mich aufzuladen. Das sehe ich jetzt. Das könnte tatsächlich sein. Die vielen Gegner sind ein bisschen viel für das Spiel auf einmal. Das verstehe ich. Das kann ich Gegner aber direkt vor mir zerstören. Ich habe gedacht, ich habe gewusst. Das Schild. Ja, das Schild. Ja, das Schild. Also, ich habe das gesehen. Links unten, dass das Schild steht. Das hat überhaupt nicht. Du hast ein Schutzschild an, du Bob. So, und jetzt können wir nicht mal voll die Schlacht ziehen hier. Kann ich? Oh, ich kann währenddessen. Ich kann alles machen, Junge. Okay. Hallo? Wichser? Danke. Okay, wir kommen langsam in den Pfad. Aber das ist echt viel effektiver als... Ich habe ja letztes Mal so... Ja, Schutzschild. Das ist total sinnvoll. Und man verliert Energie dafür, dass man nicht getroffen wird. Aber die Energie, die man verliert, ist viel, viel weniger. Deswegen, das stimmt schon so. Würdest du bitte mal nicht so fett sein, ey? Alter Phineas, ey. Unfassbar. So, jetzt pass mal auf, ihr kleinen Kriminellen hier vorne, ja? Ah, das geht nicht, ja. Das ist ja witzig. Fickskinder. Oh, scheiße. Ja, ich bin im Arsch. Ich bin ganz offiziell im Arsch. Wo kommen all diese Roboter her? Ich muss entweder schneller R1 drücken oder ganz schnell eine Idee haben. Aber ich glaube, beides rettet mich nicht. Oh, fuck. Ja, ja. Sehr gut. Nein, nein, nein. Nein, oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Ich muss noch die Mischung finden. Also, dauerhaft den Modus ist auch scheiße. Aber irgendwann muss ich ihn einsetzen. Dann habe ich keine Wahl. Wir haben noch nicht mehr angefangen. Okay, wenn nur noch ein oder zwei Gegner da sind, dann lasse ich ihn weg. Ansonsten eben nicht. Oder ich muss besser zielen. Das kann auch sein. Und auch seien diese Blöde um mich herum vertakten. Was zum Fick, Alter. Können wir vielleicht auch euer Leben klar. Zack. Zack. Ich glaube, wenn man es richtig macht und ordentlich zielt, dann ist das wirklich schneller. Aber das musst du ja auch erst mal wissen. Bitte, pass auf. Okay. Noch drei. Ansonsten muss ich auch leicht runterstellen. Wenn es überhaupt möglich ist. Wenn nicht, dann tja. Am Arsch. Oh, ihr blöden Pisser. Das ist doch nicht wahr. Kann ich nicht. Schnell. Schnell. Nein, vergiss es. Never. Und dann auch so einen witzigen Spruch lassen, obwohl ich hier gerade am Verrecken bin. Wichser. Ganz ehrlich. Wichser. Muss man einfach mal sagen. Warum geben die nicht auf? So, jetzt kommen die Dicken und jetzt bin ich nicht im Arsch. Michael, es kommen noch mehr Roboter auf uns zu. Okay, du bist weg. Das war knapp. Ich glaube, ich ziele einfach nicht genug. Das kann wirklich durchaus sein. Okay, jetzt erst mal der Dicke. Jetzt warte mal. Warte mal da. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn fast. Oh ja. Eins. Wie? Die waren gerade noch voll. Da war gerade noch der letzte Tank voll. Was zum Fick, Alter. Was soll denn? Das ist doch scheiße. Ich weiß nämlich echt nicht, ob ich runterschalten kann. Das ist das Problem. Okay. Probier es nochmal. In Maßen jetzt. Das Ding ist, es kostet halt alles Energie. Egal, was ich mache, es kostet Energie. Und ich muss so haushalten, dass ich am Ende... Ja, vergiss es. Schau mal, da bin ich viel zu schnell down. Also, ich könnte die quasi nach hier locken. Aber die können selbst auf eine große Distanz gut schießen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Schnell. Achso, da. Nein, ich habe es falsch genommen. Nein, ich Idiot. Alter. Ach, fickt euch. Sicherlich. Wenn ich nur einen Weg finden würde, das ist irgendwie Energie. Aber nein. Schau mal, nicht. Ich bin im Arsch. Toll, super, geil. Super Level-Design übrigens auch. Toll, toll. Ja, ja, gut gemacht. Genau. Trifft sehr gut. Ist egal, wie oft ich schieße. Ich verliere immer noch Energie. Verpiss dich, Junge. Ja, weil diese blöde Katz ihn spielt. Lächerlich. Nein, naja, immerhin was. Aber es reicht nie im Leben. Schau mal, und außerdem, wie soll ich dieser Rakete ausweichen? Das macht immer noch überhaupt keinen Sinn einfach. Ja, haltet sie letztendlich. Lächerlich. Ich kann keine Chance haben, zu gewinnen. Es ist ein echt fairer Kampf. Toll, super. Ja, ja, geil. Ich habe krass Gedanken gemacht, auch über dieses Scheiße hier. Ich hoffe, das ist die letzte Welle, weil dann kann ich es wirklich schaffen. Aber das mache ich ohne Commentary. Nämlich noch einen Schnipser. Und, also, jetzt bitte. Ja. Ja, geil. Ich meine, es war jetzt, vielleicht kommt noch mehr von dem Kämpfer. Und wenn ja, dann brech dich, ich brech dir ernsthaft ab. Aber, na, circa 20 Minuten probieren. Und der Feststellung, dass ich die Schwierigkeit des Spiels nicht runtersetzen kann. Es sei denn, ich will alles nochmal spielen. Hat, haben mich, ich, ich habe es irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich, äh, ja. Ich will es gar nicht wissen. Konntest du den Angang zum Startplatz orten? Ich durchleuchte derzeit das gesamte Areal. Michael, der Laser wurde auf uns ausgerichtet. Oh, das würde ich jetzt so gar nicht sagen, erst mal. Aber das würde ich schon sagen. Scheiße. Na, immerhin habe ich erst mal Nummer 1 geschafft. Hallo, hallo, hallo. Das ist unfair, das ist unfair. Aua, 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 aua. Boah, ich habe genau null Energie verloren. Wow. Okay, jetzt, jetzt habe ich Energie verloren. Scheiße. Aua. Okay, ich will nicht sagen, ich bin gefickt, aber scheiße. Oh, shit. Ähm. Kann ich, kann ich von hier aus? Kann er? Kann er nicht? Ich glaube, er kann nicht. Ich meine, ich kann auch nicht, aber... Nein, nein, er kann es nicht, er kann es nicht. Okay. Also. Vorsicht in der Farbe. Okay. Hallo, hallo, das ist... Hallo, bitte, Alter. Dieses scheiß Rückwärtsfahren ist zum Kotzen. Man, es ist null Prozent irgendwie machbar. Also, merken, in Bewegung bleiben. Ja, ja, ja. Einer geht noch. Oh, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Nein, 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 verpiss dich. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, hier bin ich sicher. Oh, ja, bin ich. Weißt du, so sei ich zum Kampf? Okay, so sei ich. Alles klar. Das kann man so machen. Oh. Scheiße. Ich, ich habe das, ich habe das, ich will das sowas nicht sagen. Oh, fuck. Ah, eine Energiestation gibt es noch, aber eventuell ist die auch bald. Na, und dann, ja. Ja, bitte, ist ja, ich, was mache ich denn hier? Kaffeekränzchen oder was? Sieht es für dich so aus? Ja. Sieht es für dich so aus? Sieht es aus wie eine Schlampe. Hallo, hallo? Ah.